Mal hier durchglotzen. Nee, können wir nicht. Was ist denn? Wir können doch einfach mal Tempel, Sterne, zu Hause. Wilder nicht haben. Okay. Achso, das ist das Feuer. Ja, mir fehlt halt dieser komische Schlüssel. Und diesen komischen Schlüssel werde ich höchstwahrscheinlich hiervon bekommen. Ah, Moment. Hier unten war ja auch noch was. Was stand hier? Wir begannen zu Hause... Moment! Wir begannen zu Hause den Blick auf die Sterne. Ah! Ah! Das ist der Hinweis hierfür. Wir begannen zu Hause. Blick auf die Sterne. Und Zeit. Ja, ja, ja. Ich mag so Gruselsachen nicht. Warum müssen wir das so gruselig machen? Reise. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich, schätze ich mal, hier auf der merkwürdigen Schreibmaschine schreiben. Reise. Zahllose Schiffe leiteten uns zum Triumph verborgener Tempel. Also zahllose Schiffe leiteten uns zum Triumph verborgener Tempel haben wir, zu Hause haben wir. Haben wir irgendwas Triumph? Schiffe haben wir. Zu Hause. Schiffe. Zu Hause. Was war das letzte? Was war das letzte? Ach, Moment. Tempel haben wir. Also Schiffe. Tempel zu Hause. Tempel. Tempel zu Hause. Ah. Reise, Reise. Jeder tut's auf seine Weise. Oh, jetzt geht aber hier die Party ab. Wehe, hier kommt irgendwann mal da hinten irgendein Gesicht oder so. Endlos. Na, da war ich noch nicht, gar nicht mal so weit weg hier, ne? Unendlich, endlich, ne? Ende. Ende. Äh. Oh. Wo ist das S da? Diese fremden Sterne oben diente ich allein mit dem Tod. Die Wissenschaft hat mich gerettet. Meine Muse. Oh nein. Jetzt schreibt er irgendwas damit, dann müssen wir uns das angucken. Dann guckt uns irgendein. Hoch, hoch, runter. Hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter. Das muss ich mir aufschreiben. Das ist ja wie der Konami-Code, ey. Also, hoch, hoch, runter, hoch, runter, 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 hoch. Ah. Okay. Also, Moment. Da war ja noch was. Äh. Diese fremden Sterne oben diente ich alleine mit dem Tod. Die Wissenschaft hat mich gerettet. Äh. Also, Sterne. Tod haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Hier sind immer so Geräusche, die machen mir Angst. Was haben wir denn hier? Also, Tod haben wir nicht. Wissenschaft haben wir aber. Also, Tod müssen wir erstmal finden. So. Ah, Moment. Das hier. Das wird's sein. Hoch, hoch, runter, hoch. Runter, 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 hoch. Mh. Da ist der Tod. Schön. Ah. Okay, wie war das hier? Äh. Sterne. Tod. Wissenschaft. Äh. Sterne. Tod. Wissenschaft. Ich hab Gänsehaut. Hoffnung. Updown, Updown ist was anderes. Äh. Äh. Okay. Dann. Ich mag diese Geräusche nicht. Geräusche. Äh. O. Äh. Oh. Nuh. Hm. G. Ja. Die Null schenkte mir Zeit für die Werke eines Lebensduzens. Nun kehrt der Tod wieder und verlangt das Seine. Problem ist, we don't have the Null. What now? Oh, Moment. Null? Vielleicht muss man da auch einfach gar nichts hinlegen. Das wäre natürlich mega cool. Zeit und Tod. Zeit und Tod. Zeit. Zeit. Wenn das das ist, dann feiere ich das mega. Schade. Schade. Jetzt sehe ich erst den Titel. Das wäre mega cool gewesen, wenn wir da einfach keine Karte hinlegen hätten müssen. Das haben wir schon gelesen. So. Oh, Moment. Das Glöckchen ist hier rausgefallen. Eine kleine Glocke. Ich möchte das haben, was da liegt, Mann. eine kleine Glocke haben. Wo braucht man denn eine kleine Glocke? Hier irgendwie? Nee. Wofür braucht man, oder ist das, muss man das hier neben rein drücken? Weil das sieht so ein bisschen aus, als ob das ginge. Nee. Ah. Ah. Hm. Nee, da will ich doch gar nicht hin. So, jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Ich fand meine Idee mit dem Null, dass man da nichts hinlegt, eigentlich sehr, sehr gut. Oder muss ich die... Moment. Hätte man ja auch einfach mal wieder festmachen können, aber... Das ist ethnisch. Ich weiß nicht, wofür ich die Glocke brauche. Hm. Also wir können auch irgendwas schreiben. Aber ich brauche... ...die andere Karte. Ich brauche die andere Karte. Die Nullkarte. Die Nullkarte. Hm. Also wir können mit dem Ding hier noch irgendwas anstellen, auf jeden Fall. Weil wir kriegen gleich nochmal ein Wort, glaube ich. Kann ich einfach mal Null schreiben? Schreib mal Null. Schreib mal Null. Null ist nichts. Null ist alles. Null ist alles. Habe ich das jetzt gebraucht? Musste ich nur das machen, damit das jetzt funktioniert, was ich mir eigentlich gedacht habe, dass es funktioniert? Ne. Zum Glück nicht. Null ist alles. Null ist nichts. Null ist nichts. Null ist alles. Null schenkt mir Zeit. Oder habe ich das falsch... Ne, das ist Zeit und... Tod. Zeit und Tod habe ich hingelegt. Und Null ist halt am Anfang. Oh. Oh. Oder hier mit nochmal? Ne. Oder habe ich jetzt hier irgendwas falsch liegen? Time und Death. Zeit und...